Musik Hallöchen Leute Willkommen zurück zu MeinSie Beim letzten Mal haben wir jemanden besiegt Kurz bevor wir uns ausgelockt haben Das hat sich überhaupt nicht gelohnt Weil dieser jemand Rein gar nichts dabei hatte Aber wie ich es euch das letzte Mal versprochen habe Wir gehen ein bisschen weiter In Richtung Westen Das ist eigentlich der Westen glaube ich Tatsächlich Und Oh Wen haben wir denn da Da haben wir wahrscheinlich jemanden der Nicht so gut ausgerüstet ist Deswegen lasse ich den Typen mal in Ruhe Lauf einfach an ihm vorbei Hoffentlich bemerkt er Ich will nicht gegen den Baum laufen Aber es könnte sein dass der Typ mir hinterher rennt Ich bin ein naives Arschloch Okay Wir laufen mal weiter in Richtung Westen Hoffentlich ist das der Westen Genau das ist der Süden Ein bisschen weiter in den Süden Rentern wir nachher Nein Um ein bisschen Loot abzugreifen Wir haben nämlich nicht allzu viel Natürlich besitzen wir ein paar gute Waffen Wie zum Beispiel dem Steinschwert hier Das ist aber allerdings nur Tier 2 Und es gibt noch viele andere Sachen Das Problem ist ich habe mir gerade kein Wasser beigestellt Das heißt also in spätestens einer Stunde werde ich an einem Also ich meine jetzt in echt Nicht in Meinen sie Ich habe mein Wasser hier Ähm Ich meinte damit eigentlich echtes Wasser You know Real life and stuff And Und jetzt wollte ich schon in Englisch weitersprechen Auf jeden Fall Ich werde mir vielleicht mal in einer ganz kurzen Pause oder sowas was holen Aber primär sollte uns jetzt eigentlich Wichtig sein dass wir Haben wir einen Bogen? Wir haben nicht Doch wir haben einen Bogen Bin ich blöd Die haben wir doch Okay Sollte uns eigentlich wichtig sein dass wir überleben Und dass wir unsere Herzen wieder auffrischen Und zwar indem wir Kekse essen Sobald wir an Hunger verlieren Können wir die Kekse benutzen Um uns wieder aufzuheilen Äh Ich werde warten bis ich 5 Hungerbalken weg habe Und äh Jemand ist gerade hier in der Nähe gestorben Beziehungsweise sein NPC Ist gestorben Äh Was kann das sein? Hm Okay Das kann jetzt ein bisschen äh Oh da vorne ist was Okay Alles klar Wir haben eine Stadt gefunden Äh Das sieht gar nicht aus wie eine Stadt Sondern eher wie so Oh ich glaube da war ich schon mal Ich glaube da war ich schon mal In der äh Aufnahme Meine Güte Mein Sie Tu mir das nicht an mit den Was zum Teufel ist los? Ich habe über 60 FPS Aber Mein Game fühlt sich an als ob es lenken würde Runter vom Tisch Dreck Ich kann nicht glauben dass mein Tisch dreckig ist So Wahrscheinlichkeit ist hoch Dass hier jemand ist Deswegen werde ich mal Vorsichtshalber Erst einmal Ruhig gehen Und äh Mal schauen ob hier irgendwo Name Tags sind Wahrscheinlich nicht Und hier sind alle offene Chests Ähm Das war ein Apfel Den esse ich nicht Oh Ich habe gerade was gehört Ich habe gerade einen Zombie gehört Da ist doch ein Zombie Hallöchen Zombie So Zum Glück sind wir nicht so auffällig Wenn wir durch die Gegend laufen hier Allerdings will ich trotzdem mal Das Risiko nicht eingehen Und äh Hier ist ja gar nichts Ist mir gar nicht aufgefallen Ist normalerweise dieses riesige Hotel Mit den ganzen Räumen Und da sollten normalerweise Mehr Leute sein Und es ist randvoll Deswegen wundere ich mich Dass hier keine sind Äh Aber jeden Moment Ich habe mich gerade In einem Mal im Kreis gedreht Und habe die Orientierung verloren Tut mir leid Ich bin wirklich Toe-patchig Äh Ist normalerweise eine Chest Drin oder nicht Ich kann mich erinnern Dass hier in dem Raum Eine Chest ist Oh hier ist sie Tut mir leid I've got a bad orientation Okay Was haben wir denn hier Zombiefleisch Ropockchop Äh Ja ich würde sagen wir Pickaxe Die Pickaxe verwirrt mich Hm Ja Melonen Behalten wir auch mal Zur Sicherheit Aber die Stadt Wird uns nicht viel nutzen Im Sinne von Rüstung etc Äh Denn die Gibt es glaube ich Nur an speziellen Orten Aber man kann ja Trotzdem mal suchen Oh mein Oh mein Gott Ich dachte gerade Es wäre ein Name Tag Ich habe mich überrascht Gefühlt Oh was haben wir denn hier Eine Wasserflasche Gerne Nehme ich gerne an Mushroom Nein Wir nehmen nur eine Bowl mit Äh Das hier reparieren wir Nehmen so das hier Genau Und die letzte Wasserflasche Brauche ich unbedingt Denn drei Wasserflaschen Sind besser als zwei Warum ich die jetzt Da hingelegt habe Keine Ahnung Wir warten einfach mal Bis wir ein bisschen Hunger verloren haben Ist auf der anderen Seite Auch mal was Ich glaube ja Nein Da ist nichts Rein gar nichts Okay Da war das eine So gesehen eine Flaute Oh Das hört sich an Als ob der Zombie Hinter mehr her ist Das hört sich an Als ob das mehrere Zombies Sind Nicht nur einer Das hört sich an Als ob sie sehr sauer sind Oh noch eine Chest Okay Milch und Lime Dye Nope Kann nicht liegen bleiben Äh jemand hat in den Kommentaren Gesagt dass man mehr bekommt Wenn man die Chest aufmacht Äh das ist mir nicht aufgefallen Ehrlich gesagt Ähm es könnte sein Ich werde mal versuchen Die zukünftigen Chests Alle mit Per Hand zu öffnen Ähm Wenn man da besseres Zeug bekommt Tut mir sehr leid Wusste ich nicht Aber Ja Vielen Dank für deinen Vorschlag Beziehungsweise für deinen Für deinen Tipp Ah hier ist die Innenstadt Oh Oh mein Gott Hey du Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ja Ja genau Ab mit dir rein Genau Du siehst aus wie Skrillex Dich mag ich nicht So was hat das noch alles dabei Standardzeug wahrscheinlich Ja okay Komm ich hier raus Hey lass mich hier raus Komm schon Ich weiß dass ich hier raus kann Ja komm schon Nee Ja Vielen Dank So Was hat er denn denn dabei Außer dem Zeug hier Wahrscheinlich rein gar nichts Okay Hat mich nicht ein einziges Mal erwischt Deswegen Okay Tut mir leid dass er übrigens still war Während ich den angegriffen hab Aber Skrillex macht mich einfach so sauer Tut mir leid ich seh einmal Skrillex Und Nicht noch einer Komm schon Das war jetzt aber Das war jetzt aber nicht der Zombie oder Ich glaube das war ein Das ist nicht der Zombie Wenn jemand da Wenn jemand nearby ist Sag ich mal Hey Zombie Der Stirbst ihr gleich Komm schon Du bist tot Du hast mich fast erwischt Oh mein Gott Okay Vielen Dank Äh jetzt essen wir mal Dreimal Genau Und sind äh Jetzt fast wieder auf volle Leben Da ist ein Zombie Der hat mich noch nicht gesehen Aber spätestens jetzt wird er mich sehen Ist mir aber egal Aua Okay Okay Das war nicht gut Das war nicht gut Ich hätte vielleicht Ich soll nicht so soft Zombies angreifen Das ist nicht gut für mich Äh Hier ist glaube ich Irgendeine Kirche Und die Burg Die Äh Ist sehr aufwendig gebaut Ich glaube da kann ich sogar noch Was nützliches finden Und hier natürlich rein gar nichts Null Nada Nix Niente Wenn es hier nicht schon jemand geradet hat Und hier soweit ich weiß Ist eine Chest drin Aber ich glaube ich kann die auch öffnen Oh Hier ist ja gar nichts Okay Alles klar Dann hat das wirklich jemand geradet Normalerweise ist da nämlich eine Chest Oh Name Tag Ich hab Ich hab was gehört Und ich will unbedingt die Burg hoch Tut mir leid Dass ich gerade so still war Ich wollte nur sicher gehen Dass ich alles höre Was ich hören soll Oder muss Und vorsichtshalber Gehe ich hier Hier ist rein gar nichts Hier ist kein Name Tag Oder sowas Warum Schleiche ich eigentlich Richtig Richtig Weil es was bringt So Was bist du Du hast nur Standardzeug für mich Dass ich schnell verschwinden lasse Ach komm Geh kacken Wo sind jetzt da kacken Nacht also Außen nichts gezaubert Habt ihr es gesehen Ich bin ein Zauberer Äh Ja da ist nichts dabei Außer ein Holzschwert Und das nützt mir rein gar nichts Meine Güte Und dafür bin ich jetzt Die Burg hier hochgegangen Damit ich Lederzeug bekomme Ist ja klar Äh Nützt mir nicht viel Da ist normalerweise Ein Kürbiskopf drauf Aber ich hab gerade Mein Texturepack drin Deswegen Sieht man da nichts Also ist der Typ gerade faceless Apropos Ich wollte schon immer Mein Face Name Tag Das war übrigens ein Scherz Ich will nicht in Face Face Finde ich schwul Ähm Dieser Typ seit hinten Macht mir Angst Und ich werde mich mal Ganz leise anschleichen Ich seh ihn gerade dort Rum Rum Äh Minecraften My throat Feels a bit parched Ich habe schon wieder gerade Auf Äh Oh ja Das lohnt sich zu Reverien Ich habe aus Versehen gerade Auf die Chest geklickt Obwohl ich gerade gesagt habe Hey du solltest vielleicht Nicht auf die Chest klicken Sondern stattdessen Wirklich mal mit Rechtsklick öffnen Es wird wieder Tag Oh 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 Lieber einen Bogen rausholen Vielleicht kann ich ihn auch Mit der Copweb äh Fangen Hey du Wo sind die Treppen nach oben Du hast da unten Chests Das ist sehr interessant Wenn ich dich habe Bist du genauso interessant Wie der Boden Der mich gerade Oh ich weiß wo der Gegner nach oben ist Hi Ja wichtig Dich erwisch Komm schon mein Freund Komm her Und leg dich mit dem Meister an So Das hat sich jetzt gelohnt Glaube ich Keine Ahnung Auf jeden Fall Zack Oh Noch ein Zombie Okay 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 Na komm her Zombie Okay So Healing Potions Bitte Aua Aua Ich blute Okay Okay Bitte Dankeschön Hat der irgendwas Nützliches dabei gehabt Ich glaube nicht Außer Pfeile Ja Pfeile habe ich genug jetzt Äh Äpfel habe ich auch genug Zombiefleisch Äpfel Nee 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 Rein gar nichts Was ich tun kann Ist die ganzen Chests hier raiden Aber ich glaube Wenn er schon hochgekommen ist Heißt das auch Dass er Vermutlich alle Chests Geradet hat Und das wiederum bedeutet Es war komplett für den Arsch Was ich gerade getan habe Aber zumindest ist gerade jemand Draufgegangen Und wenn jemand drauf geht Ist das doch immer schön oder Ich habe schon wieder drauf Gericht Klickt Mann Leg mal Äh Raw Parkshop Nee Leg mal Maschinen weg Ich meine Ich brauche das zu euch eh nicht Ich habe genug Essen So Rechtsklick Coco Beans Vielen Dank Und dann der Letter Cap Das Ist nicht Nicht witzig Leute Lacht nicht Bitte Ich meine es ernst So Da legen wir noch die Pfeile So Äh Wasserflasche Ja Schmeißen eine weg Wir können nicht genug Äpfel haben Oh Oh Hier ist die Kirche Ich habe schon wieder drauf gedrückt Tut mir leid Leute Das ist Gewohnheit Äh Kekse Oh Ja Ich habe doch schon gedacht Gerade gefragt Hell warum zum Teufel stacken die sich Nein die stacken sich eigentlich nicht Aber das Oh Ja hier oben ist auch glaube ich noch was Oh Hier ist abgesperrt Warum zum Teufel Oh Was ist hier Das ist komisch Okay Ähm Wie komme ich hier hoch Ich glaube Ich komme hier nicht hoch Per Sprung Oh zum Teufel Geht's hier hoch Oh 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 Ich lege mich schon wieder mit Leuten an Mit denen ich mich nicht anlegen sollte Hi Na komm Komm raus Ich habe genug Pfeile Na komm Wollen wir mich flankieren oder was Na komm Okay Okay Langsam macht mir das ein kleines bisschen Angst Ich sehe ihn Das heißt Er shiftet nicht Na komm Na komm Ich weiß wo du bist Drück mal shift Einmal Drück einmal shift Drück einmal shift Nack Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Ah Scheiße Ich hoffe er stirbt Komm schon Komm schon Auf ihn Wow Er ist tatsächlich gestorben Fühle ich mich jetzt besser Ehrlich gesagt ja aber Das hat nichts zu bedeuten Ich bin auch echt ein Vollidiot Hey Endert 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 Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö